So, heute spielen wir ein Bug-Bauspielchen. Ich kann auch nicht wissen. Scheisse. So, fangen wir mal. Bei 15.15 sind wir so zu spielen. Der Effekt, das ist meine... Ja, die werden wir mal löschen. Die soll jetzt mal super funktionieren. Ich glaube, das ist echt geil. So, auf 10. Level. Pff, das wird schwierig. Also... So, haben wir hier eine erste Strasse. So, können wir hier eine Chance rein machen. So. Keine Ahnung. Jetzt stelle ich die mit Holz. So, verstärken. Oh, scheisse, vielleicht lebt das. Das sieht dann irgendwie beschissen aus. Ich habe... Ich habe eine Zweifel, dass das Ding hält. Ich kann hier mal ein Kabel verbinden. Hält das. Super. Perfekt. Okay, dann können wir alles löschen. Ja. Ja. So. Dann machen wir da mal eine Hilfslinie. Und da machen wir mal überall. Ungefähr. Strasse. Strasse. Ruhe. Okay, ist vielleicht nicht ganz perfekt. Aber egal. Wenn du das hältst. Ich will nicht mehr so viel Budget mehr. Also. So haben wir es mal. Okay. Das haben wir eindeutig gesehen, dass das eindeutig hier hält. So. So. Wir nehmen mal Holz. Ja, hallo. Oh. Ist es aktiviert. Okay, machen wir das besser mal gerade. Ungefähr gerade. Ich sehe jetzt wieder aus. Alter. Ich sehe ja wieder aus. Oh. Heb da. Als erstes würde ich es schon mal heben. Aber der zweite Teil, der muss hier noch etwas verstärkt sein. Jetzt bricht das hier. Machen wir das am besten? Verstärkt man es einfach so mit Seilen, oder was? Okay. Hier würde ich alles löschen. Aber der Anfang war schon gut. Genau, schön mit Holz. Muss alles Beton sein. Egal, wenn es nicht so schön ist. Aber es klappt diesmal. Sonst... Machen wir auch so eine schöne Chance rein. Oh je, ich habe es immer deaktiviert. Ich lache es ist auch mit Holz. Oh. Wow, super Konstruktion. So. So. Oh. Machen wir einfach so ein X rein. Sieht doch super aus. Nicht vielversprechend, aber... Wieso? So? Wieso? Wenn du das würdest halten. Du musst auch keine Willi ziehen. Komm jetzt, fahr weiter. Gib Gas, gib Gas. Und... Nein! Scheiss. Da bricht es immer. Hm. Ich mache jetzt am besten... Sie haben noch so ein Stück... ...seilchen hinterher. Es gibt gerade zwei Stück. So, okay. Das ist total okay. Ich bahn es nicht ab. Okay, das ist mir nicht okay. Was machst du? Du... Bro, was machst du denn dort? Okay. Ja. Vielleicht, wenn wir das so... Ähm. Immer. So eine schöne Chance würde er bauen. Die mit Holz. Wunderschön verstärken. So. Ich habe das. Ähti oder knöre. Dann halt irgendwie... So. Ich kann das vielleicht aus Stahl. So. Und... So. So. Ich... So. 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 hintere verlagert ok sorry oh scheiße ok bleibt schon mal nicht ja gut müssen wir uns das ein bisschen festigen schwierig schwierig irgendwie so nein da brauche ich keine Hilfe ok wo ist es gerade vorgebrochen ok das was das muss stärker sein schon wieder da das 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 sind schon über ein bisschen aber es hält ich glaube es funktioniert nein voll sind wir nicht ok ich glaube man braucht eindeutige Hilfe 100 ist schon etwas, aber egal, wir müssen es ja selber bauen, vielleicht nur mit Stahl, das wäre auch noch ein Vorteil. So, das wollten wir auch so bauen, sonst ist es davor nicht gegangen, weil wir es einfach total anders gemacht haben. Also, so. Nein. Ich glaube, wir bringen nur die Brücke für heute an. Also. Uh, da sind wir noch die zweite. Hä? Das wäre so. Bist du nicht gut aus, ab, egal. Okay. Dann brauchen wir einfach nur hier. So. Mhm. Und dann hier. Also, das ist eine gute Chance. Mal schauen, wie es funktioniert. Dann haben wir natürlich diese Form wieder. Dann mit Stahlseil. Mal hier hinten. Machen. Und. Es sieht schon mal gut aus. Irgendwie auch nicht. Ja. Macht viel Sinn. Oh. Vielleicht auch nicht so. Vielleicht auch so. Weil das klappt eh schon alles ein. Er geht hier oben. Und. Zack. Klappt auch wieder alles ein. Oh. So. Also ungefähr. Vielleicht. Okay. Jetzt geht es also. Jetzt sind wir schnell. Bis Geld wieder unten ist. Jetzt blicken wir mal das und da. So viel Geld wie möglich entsparen. Okay. Okay. Da fängt es ab. Okay. Das ist einfach gar nicht. Das ist einfach scheisse. Okay. Ich glaube, ich brauche noch mal Hilfe. Das ist scheisse. Wo brennen wir auf so das ganze Geld? Ja, wir sind ja Dödels. Okay. Geht es noch? So. Okay. Ich glaube. Ich glaube, wir sind noch nie auf die Idee gekommen, dass wir so etwas bauen. So. 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 Ja, können Sie mal überspringen? Da. Okay. Nochmal. Wir müssen da etwas verbessern. Hä? Bro? Da ist es ja ein Problem. Da hat es gar keine Strasse. Ein Vogel. Hey, manchmal frage ich mich doch. Nein. Okay. Ich lüge nur. Er ist auch vielleicht ein Strasse. Wenn das funktioniert, ich frisse ein bisschen. Nein, funktioniert das doch nicht. Ich will auf das Level noch scharf verhalten. Das Türlacher macht das nicht. Willi, vielleicht braucht es das gar nicht. Nicht nur das. Aha. Ah, jetzt weiss ich, was es noch braucht. Mhm. Ich brauche es einfach hier. Ich könnte aber nichts einbauen. Scheiss, brauchen wir noch mehr. Alte. Wie funktioniert das? Ich mache auf das eine Gartenstrecke. Ich brauche es einfach nicht so einbrechen. Wir brauchen ja, sind so ungefähr 12, nein 14 Minuten schon drinnen. Dass wir Scheiss direkt vorhine bringen. Okay. Mhm. Wir funktionieren doch einfach. Okay. Hey. Ich habe ein paar Werbungen, die das anbringen. Hey. Ewig rein. Wie geht das das noch? Alle drei Jahre später. So, jetzt. Ah, fuck. Ich habe von Sendi abflogen. So, jetzt haben wir noch 200. Oh, jetzt haben wir 300. Okay. Jetzt bau für mich jetzt einfach alles. Ja, wie ist man da? Wie kann man schon da aufrufen? Alte. Schon wieder Werbung. Ja. Also, das ist schon mal gewesen für das erste Video. Jetzt noch einen schönen Tag. Also, bis bald. So, jetzt. So. So. So.